Willkommen zu einer weiteren Folge von Fallout New Vegas. So, es ist kurz vor neun. Die liegen echt die ganze Zeit da. Der faule Puck bewegt sich überhaupt nicht mehr aus dem Bett. Vielleicht sind es auch eigentlich alle tot, wer weiß das schon. Oh, das bewegt sich ja. Da bewegt sich nichts. Jetzt ist es neun Uhr durch. Gut, jetzt... Wo? Das war jetzt schon cool. Okay. Wir sollen mit dem Ehentypen wieder reden. Also, Abmarsch zurück. Ähm, hier sind läuft dich. Okay. 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 Geht ein bisschen schneller. Das war's. Das habe ich mit Absicht gemacht, nicht dass jetzt die Legion wieder die Leute vorne umleadet. Kann natürlich jetzt trotzdem passiert sein. Womit kann ich Ihnen helfen? Ich habe den Strom ins Stromnetz umgelenkt. Ich habe es hier auf den Monitoren gesehen. Und das gleich an alle. Wirklich bewundernswert. Da die RNK jetzt mehr oder weniger hat, was sie will, verliert sie hoffentlich das Interesse an dieser Anlage und gräbt nicht tiefer. Die Anhänger werden dankbar sein. Nehmen Sie das hier als Abschiedsgeschenk. Ich hoffe, es hilft. Juuu. Warum sind sie noch hier? Überwiegend um Wache zu halten, damit die Gefahren durch diese Anlage minimiert werden. Und tschüss. Tschüss. Buch der Wissenschaften. Wo haben wir ein Buch? So, haben wir das Buch abgeschlossen. Achso, das war der seltene Eingang. Okay. Okay, sehr viel zum Thema. Da sind sie, die Schweine. Mist. Ach, Mann. Würde natürlich ein bisschen Kohle bringen. Sonst haben wir hier nichts. Ne? Sechs Punkte. Bringt auch noch vier. Na gut, Dienstgewehr. Packen wir dann erstmal wieder hier hin. Und dann reisen wir nochmal zur alten Lady. Vielleicht haben wir Glück und sie hatten wieder noch eine Verbesserung am Start für uns. Was können wir eigentlich verkaufen jetzt? Die ganzen Waffen brauchen wir doch eigentlich gar nicht. Tapperwüchse braucht Magnum-Munition. Magnum haben wir aber nicht mehr. Kaliber 12. Der Basebruchschläger kann erstmal weg. Kaliber 20. Die Minen. Kaliber 20. Dann kann ich eigentlich die Einschussflinte weg, oder? 6,9 mal 7. Macht weniger Schaden. Hat aber zumindest zwei im Magazin. Einschuss. Sie sind also wieder. Sie sind also wieder... Sie sind also wieder... Sie sind... bb sportingsbums beschlägen jetzt Wird noch die Minen eigentlich nach oben gefahren? Aber irgendwie habe ich das schon wieder übersehen. Mine 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 Impulse Mine. Erhöht den Schaden. Sehr gut. Ein Vergnügen, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Wenn ich es richtig gelesen habe, kann man drei Mods pro Dingens aktivieren. Oh yeah. Gefällt mir. So, dann wollte ich mal gucken nochmal zu Jacobstown, wie viel Wissenschaft wir eigentlich noch brauchen. So. 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 Theoretisch könnte man auch mal die anderen jetzt mitnehmen. falls die auch quest haben damit die sich automatisch aktivieren ich weiß bloß nicht ob das bei jedem charakter passieren wird schau mich nicht an bist du zu einer entscheidung gelangt lily ich muss das wissen bevor ich weitermache verdammt gut also 90 ok nicht noch was mit dr henry zu regeln naja später beides ob sie an jedem ort gibt also auf jeden fall muss es das haben wir noch gar nicht eigentlich macht bloß in der notpassage ist das denn eigentlich da will ich doch mal hin okay es leckt ein bisschen wieder jetzt hat es glaube ich wieder hat sich nicht angekriegt okay Okay. Shit, ich wollte doch Lilly mitnehmen. Ach, ich bin so doof. Machen wir gleich. Sobald wir den Ort hier erwischt haben, reisen wir da nochmal hin. Okay. 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 Ähm... Scheinbar nicht das, wahrscheinlich das da oben Nicht Hier gehen wir mal in der nächsten Folge weiter Spitz, bedanke mich, bis dann